Unter Topmüller erkennbar. Demetraze, der Publikumsliebling in Georgien, Tribbelkünstler, vernascht hier ausgerechnet den erfahrensten Schotten David Wehr. Und dann wurden im Hempenbar gleich zwei alte Rechnungen beglichen. 1 zu 1 Schotter Arvelatze. Auch er fühlte sich von Schottlands Trainer Alex McLeish einst bei den Rangers nicht entsprechend gewürdigt. Und Klaus Topmüller hatte seinem Torjäger dieses Tor gewünscht, um die persönliche Schmach vom verlorenen Champions League Finale im Hempenpark zu tilgen.